Mein Name ist Alexander Hauer. Ich bin Schauspieler und künstlerischer Leiter von Opus 100. Opus 100 ist ein Kulturunternehmen, das große Kulturereignisse initiiert und organisiert und vor allem umsetzt. Und das mache ich zusammen mit Corinna Burgeyer und wir wollen gerne zusammen Geschichten erzählen. Am Anfang wusste keiner, wo führt es uns hin und dieses projektartige Arbeiten mit diesen ganz vielen verschiedenen Menschen, das war sehr besonders und auch sehr herausfordernd. Aber am Ende fühlte es sich einfach nur fantastisch an, weil es hat wunderbar geklappt und es wirkt jetzt noch nach, sowohl bei Kindern als auch bei den Erwachsenen, die hier beteiligt waren. Und das ist schon sehr besonders. Und deswegen glaube ich, wird das eine magische Vorstellung. Also ganz vielfältig, bunt und dynamisch glaube ich auch. Und das irgendwie zusammenzubringen, ja, das wird glaube ich einfach nur grandios. Vielen Dank.